Bist du gerade in der Lehre und hast Mühe in der Schule oder im Betrieb und denkst über eine Lehrvertragsauflösung nach, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Die Umstellung der Schule in die Lehre ist nicht immer einfach und es kann vorkommen, dass du mal ein bisschen Mühe hast. Falls du trotzdem deinen Lehrvertrag auflösen möchtest, ist es keine unmögliche Situation. Wir reden von einer Lehrvertragsauflösung, wenn dir der Beruf gefällt, aber du Mühe hast im Betrieb. Das heisst, du kannst den Lehrvertrag auflösen, aber mit dem gleichen Beruf in einem anderen Lehrbetrieb deine Lehre fortsetzen. Bevor du den Lehrvertrag auflösest, redest erst mit Vertrauenspersonen. Das kann jemand in der Schule sein, im Betrieb, deine Eltern oder auch mit externen Coaches. Wichtige Links findest du hier unten in der Beschreibung. Sie können dir helfen bei deiner Entscheidung und wichtige Tipps geben. Falls du Mühe in der Schule hast, rede zuerst mit deinen Lehrpersonen darüber. Aber für dich kann dir auch dein Lehrbetrieb helfen, indem du zum Beispiel nach dem Arbeiten länger bleiben darfst und konzentriert lernen kannst. Falls du verschiedene Tipps zu Lernmethoden brauchst, könnten die Experten sicher helfen. Es gibt aber auch auf YouTube und TikTok mega coole Videos, wie du schnell Wörtchen und so weiter lernen kannst. Falls du dich am Schluss entscheidest, deinen Lehrvertrag trotzdem aufzulösen, haben wir auf justi.ch wichtige Tipps und Tricks. Wir haben sogar eine Suche, wo du Lehrstellen findest, die dir helfen können, deine Lehre in einem anderen Unternehmen zu fortsetzen. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis bald!